Was macht ein Estate Planner? Und spreche dann durch, was bedeutet denn das, diese Situation für Ihre Finanzen, für Ihre Familie, wer erbt, erben die richtigen Leute, ist genügend Geld überhaupt vorhanden und so weiter und so fort. Und wenn Sie im Koma liegen, sind Sie ja nicht geschäftsfähig, kann dann Ihre Frau, Ihr Lebenspartner, Ihre Lebenspartnerin an Ihre Konten ran und alles managen. Sie werden überrascht sein, in der Beratung von mir zu hören, dass da sehr viele Probleme vorhanden sind, die Sie heute noch nicht kennen. Und daher haben wir dafür Lösungen entwickelt, um mit Ihnen zusammen nach einer eingehenden Analyse zu schauen, dass diese Dinge, wenn sie nun passieren, für Sie und für Ihre Liebsten kein Thema darstellen. Testen Sie mich, ich lade Sie einfach mal ein zum Probesterben. Bis dann.